Jetzt wird er nervös. Da krieg ich direkt schwitzige Hände. 104 zu 97. Ich hab's nicht geschafft, die zu treffen! Ich seh mich erst jetzt werfen. Ich komm zu... Nintendo Switch Store! Zusammen mit Paluten! Hey, Leute! Und du weißt, was die machen, oder? Ja, Badminton, Jambaga... Gegeneinander bowen. Okay, ich drücke jetzt erst mal jetzt beginn. Okay, ich brauche mich kurz mal an. Okay. Sorry, muss sein. Ich werde mich nicht wahr machen, weil... Das brauche ich nicht. Da hole ich mir nur eine Zerrung. Da ist wohl jemand sehr confident, I see. Ich drücke... Ah, gut, du bist da rechts! Siehst du mich? Achtung, Zeitlimit! Oh, stimmt! Okay, alles gut, alles gut! Oh, ja! Was ist denn los? Das war's! Das ist ein Strike?! Ja! Ey, wie ist das denn? Strike! Oh, ich hab'n Spare nur! Bitter! 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 Also mein erster... Ich durfte am Anfang noch einen so'n Wurf machen, aber der ist irgendwie... ...verhungert! Okay, ich gucke jetzt ganz kurz, wie du schlägst, okay? Ich gucke. Ja. Ja, okay. Kannst du gucken... Ich seh' dich! Ich seh' dich! Mach' mal! Ah! Fastens! Oh, ich hab' noch Zeit! Bitter! Okay! Komm, maybe Strike! Oh, ich sehe ihn das! Jaaaa! Ich hab' Strike! Halt's auf! So, jetzt will ich sehen, dass du den einen auch weghaust, Paller! Naja, den hau' ich red' ich weg. So, warte mal, da muss ich jetzt ja gerade werfen, ne? Hopp! Jaaa! Und? Ja, okay. Okay, jetzt ist Ausgleich. Ich mach... Ich hau' jetzt einfach wieder... Höh, du bist links von mir! Fasten Strike! Leider diesmal keinen Strike! Ich mach' einen! Fürs Team! Mach' den Strike! I'm done! Nein! Hopp! Hau' den nicht, ne? Ja, sehr gut, ist weg! Ja, Glück gehabt! Auch ein blindes Huhn findet mal einen Korn, ne? So'n Ding ist das! Äh, wirst du das denn jetzt heißen? Gar nichts! Ich hab' gar nichts gesagt! Also... Das macht Spaß! Broin, macht Spaß? Ja, ich muss sagen, am Anfang, als du gesagt hast, lass' mal Switch Sports spielen! War ich mir nicht sicher, ob das so geil wird! Das ist cool! Aber das ist... Das ist spaßig! Vor allem, ich hab' einen Punkt mehr dazu! Ich liebe es, zu gewinnen! Warum hast du einen Punkt mehr? Ich weiß es nicht! Weil du Betrüger bist! Mach' jetzt! Oh, nein! Ich drehe den jetzt an! Guck' mal, was passiert ist! Weil ich dich Betrüger genannt hab! Alter! Oh mein Gott, meinst ist nicht viel besser! Das ist unmöglich, das zu schaffen! Doch, doch! Du kannst es schaffen! Bitte! Oh! Alter, ich hab mir das so... Hätte der getroffen, ne? Ja, der sollte so zur Seite, aber das war es! Aber? Das war nicht gut! Das war nicht gut! Ich glaub' ich bin nicht viel besser! Ah, bei mir hat auch einer überlebt! Ja, bei mir haben zwei überlebt! Aber immer noch einen Punkt Unterschied! Mach' jetzt meinen Special-Schlag, ne? Nur damit du Bescheid weißt! Komm' ich schon, Baby, fürs Team! Kennst du noch Sailor Moon? Ja, klar kenn' ich Sailor Moon! Ich hab' immer gesagt... Oh, fliege und sieh! Genauso denk' ich mir das auch, aber... Ach, Spare! Ach, komm! Digga, scheiß drauf! Ja! Okay, ja! Ey, es ist ein Punkt Unterschied, ne? Wenn einer eine Drake macht, ist es direkt Unterschied! Aber irgendwie... Du weißt, um was es geht, ne? Ja! Um den Kanal von dem anderen! Okay... Ne... Aus rechtlichen Gründen, nein! Mach' mal jetzt die Strike-Panne! Zeig' mal was! Winge und Halte gedrückt... Ach so! Na, der kommt wieder schlecht! Oh, Gott sei Dank! Immerhin! Achtung! Weil der kommt zu mittig! Strike! Nein! Was? Nein! Wir sind genau gleich auf die ganze Zeit! Nein! Meiner hat ihn einfach fallen lassen! Nicht schlimm, du kannst doch mal! Was macht der denn da? Du musst nur treffen! Nein! Ich hab' ihn nicht getroffen! Ja! Oh mein Gott! Ich seh's gerade! Oh Mann, ey! Das ist ein 2-Punkte-Unterschied! Du musst jetzt gleich punkten, ne? Der Druck steigt! Ich mach' jetzt extra... Ich mach' jetzt extra einen anderen Art von Schlag! Boah, ich kann ja sogar... Ja! Okay! Oh! Okay, okay! Okay! Mist! Ich hab' keine Zeit! Ich muss schlagen! Ja! Oh, Strike! so ein nachmacher hattest du jetzt nicht irgendwie 112 112 manchmal ist es halt so wie es ist da muss man einfach mal verlieren wenn ich dann nochmal ein strike mache dann ist das schon mal ein bisschen ärgerlich ich will den anderen trainiert ich drehe den an wir machen schnügel ball habe ich wirklich gemacht 130 132 ich muss ja komplett verkacken oder ich glaube am ende kann man drei mehr werfen wenn man die versenken also es gibt nur okay ja warte ich drehe den jetzt an extra das oh ja strike wichtig und richtig der hat sich so weit angedreht siehst du wie viele bei mir noch stehen das ist schlecht oh nein einer hat überlebt sieben punkte noch gut aber ich brauche ich jetzt eigentlich noch ein stricke dann könnte ich hier glaube ich noch was reißen ja mit den stricke du kannst vor allem jetzt dreimal schlagen na ja dreimal werfen ja wichtig wichtig nein wenn du das jetzt noch aufholst na witzig und strike noch mal komm raus jetzt aber wenn du jetzt weg haus auch mal richtig aber schlecht für mich okay okay bitte 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 okay okay ein spare alles gut okay das wird jetzt glaube ich sehr knapp jetzt kommt drauf an wie viel ich mache ich glaube das ist wirklich sehr knapp oh das ist tatsächlich glaube ich nicht so gut ich habe leider schon mal gemacht können ja in den nächsten folgen falls die ein leichter das gern leichter für weitere folgen schaut auf maxify punkt shop vorbei kein shop aber ja ja das wird jetzt die revanche ne okay sagst du wie es ist am strike ich jetzt ja ich auch okay ich auch so nicht hier fräulein jetzt geht es um was hier macht genau so noch mal genau so nein nein bei mir ist so ein richtig hässlicher das ist ja viel schlimmer als meins meins wird ja schwer also wenn ich du bei werde ich für die zwei gehen ja ja auf jeden fall ich bin auch auf die zwei gegangen ja ich habe beide bekommen split gemeistert ich höre wieder weiß ich höre mir die punkte am anfang und am ende verliere ich dann mal internet muss gehen mama hat essen gemacht ja mama hat essen gemacht ich kann auch gott sei dank ich wollte gerade sagen ich wollte gerade sagen das war okay dein sah jetzt auch nicht so geil aus nee pate also sagst du wie es ist ne aber du kannst du da kannst du zumindest noch den spare schaffen auch einfach in die masse rein und dann macht's bumm ach nein oh ja oh ja geile sache aber ich fühle noch oder ich denke schon ja ja da ist der strike geil ich mache ich dreh den rein spin it ich sehe dir ist leider immer ein bisschen zeitverzögert wenn du das zweite mal wirfst aber ja das leben ist hart an der küste ja das ist korrekt okay nein der auch gott sei dank gott sei dank der war reudig aber ich brauche einen strike baby komm für den strike nein das überlebt einer du hast geschafft ne oh gott sei dank zack spare ja ja ich habe nochmal ein spare okay ja ich habe auch wie viele punkte hast du wieso hast du 78 für dich 64 wo hast du wieso hast du 78 das weiß ich auch nicht maxify das kann ich dir leider nicht erklären das kann ich dann niemals aufholen als ob du der bessere bowlingspieler bist du hast auch eben hast du mit zehn oder 14 punkten in runde 9 noch geführt wichtig ist dass du jetzt ein strike wirfst ja dann kriegt man diesen krassen multiplikator oder so nein was ist das denn ich habe ich habe zwei oh mein gott ja das ist wichtig dass dann die niederlage paluten ich habe meinen ein okay ja ich musste zumindest den der hat jetzt viel kaputt gemacht ja du bist immer noch mit zwölf punkten mehr maxify erinnere dich an meine worte erinnere dich an meine worte das ist wenn du darf du musst jetzt wichtig sind die strikt das ist der behind die behind the backshot auch schon wieder so ein rolliger so ein rolliger das gibt es nicht ich habe wieder ein nicht getroffen jetzt wird er nervös der krieg direkt schwitzige hände 104 zu 97 ich würde lügen wenn ich sagen würde dass es mir leid tut aber so viel unterschied ist gar nicht bei uns weil ich weiß es macht ja so traurig wenn ich jetzt ein strike mache noch einer genau damit sie steht komm junge okay der war wichtig der war wichtig jetzt der treffer ja zumindest mal wieder ein spare okay es sind es sind nur fünf punkte es sind nur 55 punkte unterschied okay es ist doch sie ich kann kein wasser es muss genau auf der spitze so ja oh ja und das war auch und jetzt mit eleganz zieh von oben an geh nach hinten und voll durch okay wieder ein spare wichtig bittere sache bittere sache ich kann jetzt immer noch auf und was ist eben auch geschafft das stimmt aber du brauchst also das einzige was ich noch retten kann ist ein strike weil dann darf man ja irgendwie nochmal was ja okay das ist nicht gut weil ich habe kein strike ja nein das ist so doof ich schaffe ich nicht das schaffe ich nicht okay da sind zumindest die zwei links an der seite das ist das ist in ordnung ach so ich darf nicht ich glaube ein spare hätte hätte ich mehr gemacht hätte ich gewonnen wieso ist das so knapp schon wieder ergebnisse ja 18 punkte ja so ist das richtig irgendwann müssen wir es mal in real life machen da bin ich mich noch schlechter drin ja ich aber auch ich bin nicht ich bin so was ich kann das gar nicht es gibt auch andere sportarten die paddeln und ich machen könnten leute schreibt einfach in die kommentare welche sportart wir jetzt dieses machen sollen wir können auch fortgeschritten machen verluten hatte war wie die live folge hochgeladen leute erster link in der video beschreibung schaut vorbei lasst gerne da oben und ein abo da und ich würde sagen wir sehen uns bei der nächsten folge von